Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge EA Sports WRC. Heute geht es rein in den offiziellen Start der WRC 2. Wir starten mit dem besten Rallye-Land, nämlich Rallye Monte Carlo. Und da haben wir uns ja Warnung. Oh, wir haben keinen Teamkollegen. War das eine von unseren Aufgaben? Teamwertung? Ja, wir haben eine Teamwertung, aber ich glaube, die kann ich doch alleine tragen, oder? Auf jeden Fall so ein Talent-Scout, das braucht wieder eine Woche und die haben wir nicht. Da ist ein Talent-Scout, aber wir wollen nach Monaco fahren. Sorry, Teamkollege, du stößt einfach ein bisschen später dazu. Warnung! Ja. Ja. Zurück zur Garage? Habe ich schon einen Teamkollegen? Oder war das einfach nur hier, äh, ne? Wählt ein Auto aus? Teamkollegen Fahrzeuge hinzufügen? Teamkollege, willst du mein Opel Kadett in der WRC 2 fahren? Hast du Bock? Okay, warte mal, äh... Kann ich mal schnell ein Auto für dich kaufen, Teamkollege? So, zweimal hält besser. Teamkollege, Fahr damit. Nicht genug Platz? Okay, I don't get it. Okay, dann kaufe ich den wieder? Und will ich den jetzt hier nochmal Teamkollege zuordnen? Äh, kostet 200, müsstest du wirklich vorfahren? Ja, na klar. Jetzt ist der gesperrt. Fahrzeug 1 und Fahrzeug 2. Also haben wir den zweimal, oder? Kann ich jetzt antreten? Hei, hei, hei. Äh, nun. Nächster Versuch. Warnung. Ja, du hast immer noch... Ja, ich hab... Okay, alleine fortfahren. So sei es. Übrigens, wir haben uns ja wunderschön. Hä? Ach so, Teamkollege, oder? Wir haben uns ja wunderschön mit dem... Äh, was war das? Ein Hyundai? Eingefahren? Aber, ne, wir haben... Immer noch nicht. Ja! Nein! Ja! Ein Auto! Und darüber kotze ich mich mal später aus, weil da gibt's einiges zum Auskotzen, wenn's um den Lackierungs-Edito geht. So, ja, wir haben ja noch keinen Teamkollegen. Ja, weiß ich doch. Kraft euch jetzt. So, rein mit dir. Und rein mit dir. 4WD und Karosserie. Na klar. Hallo, ich bin Lina van der Maas und willkommen zur Eröffnungsrunde der FIA World Rally Championship. Wir haben eine fantastische Runde bei der legendären Rallye Monte Carlo vor uns. Die ruhigsten Köpfe werden sich durchsetzen, denn viele der Crews werden Mühe haben, sich von dem Spektakel dieses kultigsten aller Events nicht einschüchtern zu lassen. Anpassungsfähigkeit und Entschlossenheit werden bei diesem Event sehr wichtig sein, da die Wetterbedingungen während des gesamten Wettbewerbs in dieser Woche sehr wechselhaft sein dürften. Was die Gesamtwertung anbelangt, so startet beim ersten Event natürlich... Ist doch wieder egal. Hier kommt ein Klassiker. Rallye Monte Carlo. Einen Wagen auf engen Asphaltieren. Man hat doch nicht die andere Seite gesehen, oder? Zum größten Spaß den Rallys bieten. Auf jeden Fall, Funfact, man kann Stickers an sich nicht schon duplicaten, aber man kann es auch nicht auf die andere Seite rüberspiegeln. Also das ist wirklich ein absolut schlechter, fast in der Welt schlechteste Sticker. Oder Lackierungseditor. Es ist wirklich grausam. Ich hoffe, da wird noch einiges nachgepatcht. Ja, Winterreifen werden empfohlen. Winterreifen nehmen wir. Und wir haben immer noch nicht... Ähm... Was ist denn, drei Stages? Ah ne, plus zwei Etappen steht da noch. Okay. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt einen Reifen extra mitnehme, dann habe ich doch keinen Wechselreifen. Das ist doch nur ein Ersatzreifen. Das ist jetzt nicht meine Reifenstrategie mit hier, ne? Was ist deine Reifenstrategie? Willst du Checkdown fahren? Dann kriegst du noch einen Reifen extra. Ich habe ein bisschen Angst, dass die das hier verbockt haben. Mit der Reifenstrategie. Dass es die einfach gar nicht gibt. Also, hammer abgespeckt gibt. Oh. Start leicht links. Man sieht ein bisschen mehr. Viel Glück. So, da wir ja... Da ich die eine Seite nicht rüber spielen kann auf die zweite, dachte ich mir, das ist mir zu doof, das alles punktgenau auf die andere Seite rüber zu schieben. Ähm, ich dachte mir einfach, ja komm, dann mache ich so ein Two-Face-Design. Und ich glaube, das werde ich dann bis jetzt dann immer machen. Es ist schäbig geworden, aber es ist so ziemlich das Beste, was man aus dem Editor rausholen kann. Ich wollte eigentlich noch die Reifen weiß färben. Also links passt schwarz, aber hier passt weiß, aber naja, kann man nicht zweiseitig färben. Nun, wir sind da eh in der Cockpit-Camp, falls es jemandem nicht gefällt. Ich kann es aber auch ändern. Äh, aber auf jeden Fall der QCD-Tor. Alter Vater, darüber könnte ich mich ein ganzes Video auskotzen. 5, 4, 3, 2, 1, go, leicht links, langsam, 120, 3 rechts, halblang, macht zu, 50, 2 rechts, nicht schneiden, macht auf, 50, leicht links, 60, 6 links, 40, 4 links, kurz, 30, 6 links, 40, 4 links, 30, 6 links, 40. Rechts, überfälle, 6 links, 70, sehr cooler Anfang. Sehr, sehr cooler Anfang. Sehr, sehr cooler Anfang. Und jetzt fährt sie auch sehr cool. Oh, hier ist auch die Stelle, wo ich die absolut abgehoben bin mit dem Motor, ne? Oder war es Löw? das ist ja super gut ich habe bock wir haben kontrahenten übrigens wir haben einen neuen co-driver kann man irgendwo sehen vorname otto und rest kann man sich vielleicht denken worauf das hinspielt ich stehe dann wollen wir nicht mehr aber man hat keine reifenverteilung das haben sie wirklich eingespart nicht so lecker 100 prozent asphalt aber es werden winterreifen empfohlen aber da steht nicht dass es wie groß der eisanteil ist aber es wird mir empfohlen also nehme ich es wird mir empfohlen also nehme ich keep it simple nun es ist die erste etappe der rallye aber ich bin mir sicher dass diese crew von anfang an ein gutes tempo vorlegen wird mal sehen gutes gespräch start leicht links 120 viel glück der auto hahaha was noch 3 2 1 leicht links langsam 120 3 rechts halb lang macht zu 50 2 rechts nicht schneiden macht auf 50 leicht links 60 6 links 40 4 links kurz 30 ist eine bodenhaftung überfälle und 6 links 70 6 rechts 80 6 rechts innen 60 leicht links und leicht rechts jetzt hört sich einfach toll 5 links kurz 70 5 links kurz in 6 rechts 70 leicht rechts nicht den löw machen 60 3 links halb lang macht zu den kuppeln 500 6 rechts 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 extra lang also in zukunft vielleicht angesagt 5 rechts rechts 250 jetzt spannt er denn seine halle wenn man seine hände am steuer zu recht war da das schild mit hier keine zuschauer das wäre nicht so gut für die ausgegangen 6 links 30 leicht rechts in leicht links über kuppe 80 links über kuppe und 5 rechts 100 5 links kurz 80 5 links über welle und kuppe 130 achtung 4 links kurz in 5 rechts 70 4 rechts macht zu 2 macht auf lang 40 abzweigung 1 links halb lang 350 leicht rechts 30 6 links macht zu innen 270 das ist eine schnelle rally 80 leicht links 180 wow freche stelle 4 rechts halb lang 40 90 langsam 6 rechts und weite kehre links jetzt glatte stellen 80 ok glatte stellen wie macht das spiel hier mit glatte stellen und leicht links und kehre rechts wird gleich ein crash festival 40 drei links in leicht rechts und drei links kurz in drei rechts macht auf in fünf links lang 40 oh ja glatte stellen wer ich york 4 rechts 40 4 links macht zu innen und 6 rechts in sechs links jetzt 1 und 4 rechts 80 links halten in 5 rechts kurz in leicht links in 5 rechts 5 links innen da weiß 40 oh mein gott drei links kurz weg vom 1 man sieht sogar wie spiegelglatt das da ist und 5 rechts 40 5 links langsam 50 ziel in 5 rechts und 1 links bis stopp wie krass ist der warte karlowitte wie rutschig das hier ist selbst in der auslaufzone heide witzger was ein krasses rallyland ist er noch krasser als in anderen teilen und ich fand die karlowitte in jedem teil geil jemini das sind die stages die in den alten teilen vermisst da wo ich immer gesagt haben ja irgendwie fehler ein bisschen dieses wenn man sich so in der realität anguckt und dann die spiel ist es nachspielt diese 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 häuser fehlen wo man durchballert und da war damals orthopäde guter made p4 im ersten run geringer kursi schaden ich kann ja jetzt schon ich bin mir jetzt schon sicher ab monte carlo ist es einfach als rallye land diese crew ist in einer groß geht er weiter für die letzte etappe vor dem service sie haben sich hervorragend um den wagen gekümmert so dass kaum reparaturen anfallen dürften start 4 rechts 5 links viel glück war die nicht geplant weil eigentlich jetzt in zwei minuten die zweite stage der japan rallye losgeht aber so wie ich das kenne starte erst die jetzt die zwei nun wir jeden rhein eine traumkulisse wo sind wir denn hier super 4 3 2 1 späte 4 rechts nach kreuzung und 5 links 30 5 links nicht schneiden und später kehre rechts bisschen schneiden geht immer 46 rechts 30 früh zu links macht auf lang 60 3 rechts 30 6 rechts pro 6 links 80 leicht rechts leicht links in 6 rechts 50 kurz 4 links 4 rechts und 4 rechts 80 1 links halb lang erst mal gewartet mit dem einen hängen weil ich dachte wieder vielleicht wollen wir von der wand ab 6 links und leicht rechts macht zu 3 und 3 links macht zu 30 sechs links und später 4 rechts macht zu innen oh je links kurz in 3 rechts kurz in 6 links in späte 1 rechts und 3 links und 6 rechts halb lang bremsen und 1 links halb lang 40 5 rechts macht zu unterscheiden habe ich schon so einen kleinen und schleppungen 60 4 rechts 40 kurz leicht leicht links 100 leicht rechts in 5 links scharf in 2 rechts achtung und 1 links scharf und 2 rechts die abbremstechnik von 4 links innen in leicht rechts 40 1 rechts 30 3 links 40 und das mit den banden und rechte klebe das ist das monaco wie man es kennt aber trotzdem das ist hier so viel geiler inszeniert das sieht alles so realistischer aus, so authentischer rechts macht auf und macht zu und 2 links halb lang innen in 6 rechts 120 4 rechts kurz 60 langsam 5 links in 3 rechts macht auf in 5 links kurz 40 späte kehre links bergauf auf und 3 rechts 30 und 3 rechts macht auf innen und 3 rechts macht zu 2 rechts in späte 4 links halb lang nach rechts innen und 3 links kurz 60 gehre links dich 30 4 rechts innen 4 rechts Und vier links, halblang mach zu, bremsen, 30, kehre rechts. 60, sechs rechts, mach zu, vier, in eins links kurz, 80, vier links kurz. Und sechs rechts, 40, leicht links, und späte drei rechts. Und vier links scharf, in sechs rechts, 120. Oh, Problem. Haha, Glück gehabt. Puh. Macht auf, 30, sechs links, 40, eins links, in eins links, in eins links, in eins links, 90. Sechs links scharf, in leicht rechts, in drei links, macht auf, 6,100. Oh, wir haben jetzt wieder die Rutsche hingestellt. In rechts kurz, 70, sechs links, 50. Jetzt glatte Stellen, vier rechts, 30, kehre links. Und leicht rechts, in fünf links kurz, 30, sechs rechts, 140. Langsam, leicht links, und späte weitekehre rechts. Und sechs links, 110. Leicht links, 30, sechs rechts, 40. Jetzt, jetzt Eis, vier links kurz, 40, sechs rechts, 130. Langsam. Danke, danke. Ja, du bist, du bist Goldwetter an der Stelle gewesen. Eins rechts, halb lang. Gott. Jetzt kommt der, sechs links, und sechs rechts, in fünf links kurz, in fünf links kurz. Und vier rechts, macht zu. In drei links, macht zu, eins, und sechs rechts, 200, bremsen. oh je kommt noch viel eis also lange wir ganz nach oben fahren ja und sechs rechts 70 hallo drehzahl langsam leicht rechts sechs links und kehre rechts nicht schneiden oh Gott 40, sechs links, 100 3 links kurz, 80 oh, der hat mir Angst gerade auf 1 in 1 links, 90 1 rechts, 60 Hilfe, Handbremse, rette mich ich weiß aber nicht wie stabil diese Holzzäune sind in Dutch Valley waren sie eigentlich nur aus Pappmaché das war wirklich einfach nur ein Deko-Element bremsen, sechs links, macht zu, 3, 130 oh come on, Monte Carlo, bitte habt einfach überall Leitflanken, wo es richtig ist und auch nicht so wichtig oh jetzt wird Schnee hier fühle ich mich wohl und leicht rechts, sehr lang ok, passt der Gedanke war gut Späte 3 links, innen, 50 3 rechts, halb lang Knapplanke, kein Problem, das hält mich perfekt immer noch alles vor den Holzzäunen Leicht links, 100 5 links, halb lang, 40 2 links scharf, 110 2 rechts hey, diese Leitflanken sind Arzt für Goldherd und 1 rechts, 30 ich habe aber auch wirklich das Leitflanken Abo bestellt Krimumservice bin ich für mich dran gepappt Späte 1 rechts, lang 30 2 links das war so schnell, aber die Leitflanken hat mich Gott, ich darf mich aber mein Spielstil nicht auf Leitflanken fokussieren die wird es nicht überall geben 1, halb lang, in 2 links halb lang, mach zu und 1 rechts, halb lang muss auf jeden Fall die Vorderräder ordentlich nach außen gucken lassen im Setup damit ich hier noch ein bisschen mehr Zeit gewinne ich versuche hier innen so viel Schnee, so viel Kerbe mitzunehmen wie es geht damit ich ein bisschen mehr Grip habe 80 2 rechts 40 1 rechts und 6 links in 5 rechts langsam 40 oh shit, das war jup 1 rechts das war es aber sofort 40 4 links scharf 30 das ist, oh ja B-Zahl kommen Sie kommen Sie, kommen Sie leicht rechts macht zu 2 nicht schneiden und 2 links 30 6 rechts halb lang macht zu 2 in 4 links 80 4 rechts über Kuppe innen 50 Abzweigung 2 rechts macht auf 4 70 Ich muss auch mehr mit der Ankremse glaube ich spielen 60 60 späte 1 rechts halb lang nicht schneiden 100 5 links 5 links 30 6 rechts in 6 links in leicht rechts und 5 links kurz 80 links über Kuppe 30 4 rechts halb lang macht zu 30 4 links lang innen 50 50 50 5 rechts jetzt sehr viel am Handbrems reinklicken nicht schneiden 60 3 links halb lang und 3 rechts scharf 30 6 links 80 langsam ok ihr könnt ein bisschen was aushalten 4 links kurz in 6 rechts 70 oh ja ihr könnt ein bisschen viel aushalten wichtige Erkenntnis 40 2 rechts macht zu 50 man hört sogar ingame wenn die Handbremse am klicken ist ja ohne rechts gibt es ein kleines roter roter Lämpchen 40 spät 1 rechts kurz in 2 links und später 1 rechts 40 ich glaube öfters Handbremse klicken ist way to go 6 links lang 30 aber Bande ist auch nicht schlecht 3 rechts halb lang 30 Achtung Achtung 4 links halb lang Mach zu 3 kurz und 3 rechts scharf 30 Achtung 1 links kurz ich bin jetzt so viel innen wie es geht 5 rechts kurz 50 oh das war ein Fehler oh ich dachte ich wäre zu schnell 1 links 1 links halb lang 50 2 rechts scharf nicht schneiden 60 2 links lang 30 Achtung leicht links 40 das ist jetzt eine viel schäbige ich will meine meine Leitplanke wieder haben was ist das da rechts ah Leitplanke hello und 5 links und 3 rechts mach zu einschlag oh sanfter einschlag 50 glaube ich habe bei dieser Stage wirklich mehr Glück als Verstand 6 links Mach zu 4 halb lang 40 2 rechts 80 5 links kurz 50 Kuppe 160 oh es geht weg ab 3 rechts kurz 90 6 rechts 40 oh ich bin aber viel zu schnell oh weg ab und bremsen und da ist und aieieieiei extra lang 40 leicht rechts 60 Kuppe 70 langsam leicht rechts 40 5 links kurz 80 6 rechts über Kuppe 80 5 links und 4 rechts über Kuppe 70 Kuppe 90 Achtung leicht rechts in 6 links kurz und 6 rechts 60 boah blöd späte 1 links 30 leicht links in 6 rechts kurz und 6 rechts 350 ich bin nicht so schnell ich bin nicht so schnell fahren leicht rechts lang und Kuppe 60 leicht links 100 langsam Kuppe 100 4 links und 5 rechts 100 100 wir haben es überlebt wir haben es überlebt ein absoluter Farmen Simulator Tag was für ein hervorragender Lauf die Crew wird sehr zufrieden sein sie haben sich in der Tabelle verbessert und diese Etappe mit wehenden Fahnen gemeistert 0000 aber doch 17 Sekunden Unterschied habe ich schon gewundert weil wir hatten ja eigentlich so einen vergleichbaren hohen Vorsprung aber es könnte ja sein dass noch Leute nach uns hinterher kamen aber ist gut ne finde ich gut finde ich gut ich ich beanstande da nichts oh nice und ich mache mir ganz halt Gedanken wie ich diese Folge nennen soll weil letzte Folge hieß ja schon zu Recht wegen dem WC2 Sound der Wagen hat ein paar ziemliche irgendwas mit richtig geiler Sound den Job brauchen wir einen Hammer und eine Brechstange natürlich nur wenn du willst dass wir die Karustelle reparieren diese letzte Stage gerade eigentlich müsste ich das schon wieder nennen beste Stage aktuell aktuell die beste Stage irgendwie sowas weil ich hab die Stage ja gerade gesehen die war so schmackofatz die war so schön ähm ja komplette Karosserie denn wir brauchen ein schönes Bild für YouTube vollkommen klar oh man ey ich fühle mich immer so ein bisschen schlecht wenn ich dann schon wieder irgendwas nenne das Weltbeste oh mein Gott das sieht aus und das hört sich an und super krass aber ich lüge ja auch nicht es ist ja schnell genug um sie zu verteidigen also bring die Sache ähm aktueller Servicebereich wir fahren einmal als wäre das immer noch eigentlich ich was sagt mir die Asphalt ist er aber rutschig oder nicht weil sonst hätte ich gesagt wir nehmen weich aber ich ich kenne den Untergrund nicht Event Übersicht ich habe keine Ahnung eigentlich müssten wir den weichen Reifen nehmen oh wait abgenutzt aber nicht schlimm abgenutzt oder das heißt wir können auch mal den Benutzen nehmen für eine Stage und eine Power Stage alles geben nee komm aber ich würde gerne wissen wie viel Prozent uns Schnee erwartet oder Eis aber es geht auf jeden Fall 1500 Meter nach oben das wird wohl eisig werden gerade ging es ja nur 800 und es weiß ich naja sehen wir morgen sehen wir morgen was uns erwartet bye have a great time only we 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 Vielen Dank.